Grüß euch, da ist die Sonja Muriel vom Paradies auf Erden und ich möchte euch heute von ganzem Herzen einladen, eine kleine Zeremonie zu machen. Wir werden uns heute Abend am Feuertreffen und singen, singen für die Freude in dem Leben von den Menschen, von uns allen, für den Frieden. Für das neuerwachende Bewusstsein und heute ist der 13. Tag der Welle von Achmak, der die Transformation bringt und der uns wieder mit der Weisheit und mit dem Wissen der Ahnen verbindet, durch die große Kraft der Vergebung, die wir in den letzten zwölf Tagen erleben durften. Heute ist der die Qualität von Kuanil. Kuanil, das ist der Same, der sprießt, der sprießende Same und stell dir vor, im Rotkalender wächst heute alles mit der neuen M. Ich wünsche dir viel, viel Freude und diese kleine Zeremonie heute. Nutze dafür, zünde eine Kerze an, stelle eine Wasserschale auf und erinnere dich, erinnere dich, was in den letzten zwölf Tagen alles geschehen ist und welche Themen sich dir gezeigt haben und übergib sie der violetten Flammenkraft. Gestern hatten wir einen sehr, sehr intensiven Lichtnetz-Call mit Lady Kuan Yin an unserer Seite. Ich werde das Video mit einem privaten Link hochladen und wenn du es gerne anziehen möchtest, dann melde dich bei mir. Es haben sich starke Lichteffekte gezeigt. Das violette Licht war so präsent und das weiße Licht der Licht Kreatrix. Auch das rosa der Liebe und das grün der Heilung und das Gold des Christusbewusstseins, das uns die Einheit erfahren lässt. Möge der Segen der Göttin mit dir sein. Möge die Liebe des Vaters dich begleiten und dir Schutz, Hilfe und Führung bieten. Danke, danke, danke. Achei.